Servus und Grüße zur letzten Wochenwettershow für die Region Arlberg in 2014. Mit den ersten Tagen des kalendarischen Winters gab es nun den lang ersehnten Schnee mit frostigen Temperaturen. Die Wintersportbedingungen, die haben sich nicht nur verbessert, sie sind exzellent. Und damit erleben sie märchenhaft schöne Wintertage zum Jahreswechsel und zum Jahresstart bei uns. Wir blicken zurück. Die Livecam St. Anton am Arlberg zeigt beste Pistenverhältnisse. Die Lifte waren in Betrieb. Und auch in Lech am Arlberg hatten wir traumhafte Wintersportverhältnisse mit schon viel Schnee. Und da kommt noch so viel Schnee dazu. Am Dienstag erwischt uns von Norden her eine neue Schneefront. Es gibt anhaltende und ergiebige Schneefälle, zum Teil sieht man die Hand vor Augen nicht, von St. Anton über St. Christoph, Stuben, Zürs und Lech. Da schneit es einfach nur. Im Karl-Schranz-Zielstadion präsentiert der Tourismusverband St. Anton am Arlberg gemeinsam mit den Arlberger Bergbahnen und der Skischule Arlberg die Skischow Schnee treiben in einem ganz neuen Stil. Neben echtem und faszinierendem Fahrkönnen wird auf einer großen Leinwand und mit 3D-Effekten die historische Entwicklung des Skifahrens und seiner Technik von den Anfängen bis heute gezeigt. Beginn ist jeweils um 21 Uhr. Der Eintritt zum Outdoor-Event ist kostenlos. Die erste Aufführung findet am Dienstag, den 30. Dezember, inklusive Feuerwerkstatt. Danach gehen Besucher und Einheimische immer mittwochs auf Zeitreise. Apropos Mittwoch, da haben wir Silvester und da fällt noch ein bisschen Schnee. Im Laufe des Tages hört der Schneeverlauf. Am Neujahr und am Freitag ist es vorübergehend längere Zeit trocken und auch sonnig. Dann gibt es ein neues Tief voraussichtlich am Freitagabend mit Schneefällen. Apropos Neujahr, auf dem Edelweißplatz in Zürs wird das Neujahr traditionell mit einem eindrucksvollen Klangfeuerwerk begrüßt. In einer spektakulären Choreografie tanzen Feuerwerkseffekte taktgenau zur Musik. Das ist eine Ballettdarbietung der ganz besonderen Art. In den vergangenen Jahren wurden für das fulminante Spektakel unter anderem Themen zu Queen, Falco Abba oder Swing Noir ausgewählt. Und 2015 lautet das Motto Woman of the 80s. Von Samstag bis Montag, da fällt wieder Schnee. In den Bergen gibt es sehr, sehr viel Neuschnee in den Tälern. Da ist es vorübergehend mal Regen oder Schneeregen, aber der winterliche Gesamteindruck wird bleiben. Und freuen Sie sich in Arlberg auf das Neujahrskonzert. Es findet zum 14. Mal am 4. Jänner in der WM-Halle des Arlberg-Welkom statt. Sie werden hierbei auf eine musikalisch höchster Klasse unterhalten unter der Leitung des Antonau-Ehrenbürgers Prof. Dr. Rudolf Streicher. Im wahrsten Sinne des Wortes. Sichern Sie sich die Tickets im Tourismusverband St. Anton am Arlberg unter Arlberg-Welkom. Vom musikalischen Verzaubern geht es zum optischen Verzaubern. Was für eins. Und zwar in Lech mit dem Fackellauf. Am 5. Jänner an der Talstation Schlegelkopf. Die Skischulen aus Lech, Oberlech sowie die Lech und Zürs Tourismus bieten dem legendären Fackellauf und eine großartige Skischow und dann eine Reise in die Geschichte des Skilaufs. Und sie erwartet eine wirklich spektakuläre Show. Und mit diesen winterlichen und unterhaltsamen Aussichten wünsche ich Ihnen auch im Namen meiner Kollegin Anna Gröbel einen guten Rutsch und ein frohes und gesundes Jahrhundert bis 2015.